Nur bei, und mach nichts drauf. Dann reiß dich hier einfach mal an. Komm, lass es auf den Arm. Den Kopf, bitte. Breit, dann geht's euch so drin hier. Reiß dich mal an, ich hab fast den Rubel. Ich hab's aufgefasst. Ich hab's aufgefasst. So, in die Wasser. Dann geht's hier rein, komm. Machen wir mal. Also, mit der Vorbereitung, ja? Wo ich hier rein, anreißen, und das, dann, und dann hier durch. Geht mit dem Kopf ruhig da rein. Das kann ich im Boden machen, aber im Stand ist es einfach, eigentlich einfach. Das ist ja auch so klar. Fernsehen.